Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin hier mal wieder vor euch am Start und willkommen zu einer weiteren Folge hier auf Be Unique bei Leon Lovelog. I like that, man. Hey, Be Unique bei Leon Lovelog, let's go. Podcast it in, man. Let's do it, motherfucker. Oh shit, man. Willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Podcast. Ich hoffe bei euch da draußen ist alles gut, meine lieben Freunde. Wir haben heute sehr, sehr, sehr schönes Wetter. Ich hoffe bei euch auch. Genießt auf jeden Fall die Sonne. Tankt Sonne, so viel ihr nur könnt. Ihr wisst selber, wie es ist. In Deutschland ist es nicht garantiert, dass es noch so weiter geht. Also nehmt jeden Tag mit Sonne mit. Genießt es. Geht raus in die Sonne. Tankt Vitamin D3. Wichtig und richtig. Nichtsdestotrotz habe ich mich dafür entschieden, heute mich hier hinzusetzen und eine Folge Podcasts zu drehen, aufzunehmen. Weil ich einfach ein, zwei Dinge auf dem Herzen habe, die ich mit euch teilen wollte. Und zwar reden wir heute über das Thema Freiheit. Freedom. Ich habe das auch selber bei mir auf die Brust tätowiert, auf Arabisch. Weil für mich das Thema Freiheit eine ganz wichtige Rolle spielt in meinem Leben. Freiheit ist einfach unbezahlbar auch. Und ich denke und bin überzeugt davon, dass wir Menschen auch uns frei fühlen müssen, damit wir überhaupt unseren Weg finden richtig. Unsere Bestimmung finden, unseren Purpose hier finden, warum wir geboren sind. Das finden wir nur, wenn wir frei sind. Und deswegen müssen wir uns frei machen. So, das ist einfach eine ganz wichtige Angelegenheit. Und ich persönlich in meinem Leben habe schon sehr viele Tools genutzt, versucht zu nutzen, Dinge getan, um mich frei zu fühlen, um zu schauen, okay, was lässt mich wirklich frei fühlen. Und da habe ich ein paar Erkenntnisse gemacht, die wollte ich einfach heute gerne mit euch teilen. Und zwar eine Sache, die mir persönlich extrem geholfen hat, war das Jahr in Mexiko. Das eine Jahr in Mexiko. Allein der Schritt dahin. Am Anfang war ich ja überzeugt davon, dass ich nur einen Urlaub mache für zwei Wochen und bin dann einfach ein ganzes Jahr geblieben. Und allein dieser Schritt, diesen Urlaub zu machen, war für mich schon, hat schon sehr viel so, wie soll ich sagen, ich habe sehr viel gekämpft, aus meiner Komfortzone rauszugehen. Ich war noch nie so weit weg, alleine vor allen Dingen, alleine so weit weg von zu Hause, von Deutschland, von da, wo ich geboren bin, wo ich groß geworden bin. Das war ich noch nie, vor allen Dingen nicht alleine. Und das hat mich sehr viel gekostet so. Ich musste krass aus meiner Komfortzone raussteppen. Aber als ich da angekommen bin, als ich das erste Mal an diesem Strand war, als ich das erste Mal diese Tiere gesehen habe, die da sind, das erste Mal den Sand gespürt habe, das erste Mal ins Meer reingesteppt bin und das gespürt habe, das erste Mal den Himmel bei vollem Mond beobachtet habe, am Meer, da habe ich mich gefühlt zum ersten Mal richtig frei gefühlt. Zum ersten Mal in meinem ganzen Leben habe ich mich so gefühlt, als ob alles egal ist. Nur das Meer spielt gerade eine Rolle. Meine Verbindung zu der Natur, meine Verbindung zu Gott, meine Verbindung zu den Tieren, nur das spielt gerade eine Rolle und nichts anderes mehr. Und wo ich nach Mexiko gegangen bin, ich habe echt viele Sachen in meinem Kopf gehabt. Ich habe echt viele Dinge gehabt, die so eine Art Gefängnis in meinem Kopf gebildet haben, sodass ich mich nicht mehr richtig frei fühlen konnte. Dass ich nicht mehr richtig sehen konnte, wo geht es für mich hin. Weil diese Freiheit ist auch wichtig, um eure Bestimmung zu finden. Was müsst ihr als nächstes tun? Dafür müsst ihr frei sein, dafür müsst ihr im Moment sein, dafür müsst ihr hören auf euer Gefühl, auf die Zeichen, die euch Gott schickt und er schickt euch diese Zeichen. Nur viele Leute hören diese Zeichen nicht mehr, weil sie nicht mehr frei sind. Weil sie sich den ganzen Tag von irgendwelchen anderen Dingen ablenken lassen. Oder vielleicht auch sich quälen lassen von irgendwelchen Problemen oder von irgendwelchen Dingen, die negativ in ihrem Leben passiert sind. Und dadurch nicht mehr frei sind. Und damit die Türen zumachen für das, was für sie bereit steht in der Zukunft. Auf jeden Fall habe ich mich da in diesem Moment so frei gefühlt, dass ich auch dann in diesem Moment schon, das war glaube ich am dritten oder vierten Tag, entschieden habe, dass ich erstmal hier bleibe. Weil mein Herz, meine Seele hat sich wohl gefühlt. Hat sich so gefühlt, als ob sie hier hingehört. Als ob sie hier frei sein kann. Als ob sie da jetzt erstmal sein muss. Und das hat mir echt sehr viele Türen geöffnet in meiner Denkweise. In dem, wie ich die Welt sehe. In dem, wie ich Menschen sehe. In dem, wie ich mit mir, mit meinem Leben umgehe. Diese ganzen Sachen, das hat mir echt sehr viele Türen geöffnet. Diese Freiheit mal zu spüren. Dieses Gefühl zu haben, du bist hier, du bist gerade angekommen mehr oder weniger. Also es war wirklich so ein Gefühl von, ich fühle mich zum ersten Mal auf der Welt hier willkommen so. Ich fühle mich zum ersten Mal so, dass ich hier auch hingehöre. Und das ist schon echt krass. Und deswegen sage ich, lege ich auch Menschen immer ans Herz so. Geht aus eurer eigenen Komfortzone raus und reist. Reisen kann euch freimachen. Reisen kann euch Gedankengänge eröffnen, die euch nicht eröffnet werden wurden. Die nicht geöffnet, also die, die euch nicht eröffnet werden wurden. Keine Ahnung, Digga. Nicht eröffnet werden würden, wenn ihr nicht reisen würdet. Wenn ihr nicht rausgehen würdet. Wenn ihr nicht neue Kulturen kennenlernen würdet. Neue Menschen kennenlernen würdet. Neue Gegebenheiten, neue Umgebungen, neue Lebenssituationen. Menschen mit Menschen quatschen. Ich habe so viele Menschen gesehen. Aus verschiedenen Ländern, Kontinenten, aus der ganzen Welt. Allein dir von diesen Menschen die Storys anzuhören. Wie sind die ihren Weg gegangen? Was haben die in ihrem Leben erlebt? Das reflektiert dich krass. Du kommst auf einmal auf neue Gedankengänge. Du reflektierst dich und dein Leben auch ganz anders. Deswegen lege ich euch ans Herz. Reist. Geht raus und reist. Dafür sind wir da. Wir sind dafür da, um andere Kulturen kennenzulernen. Neue Länder kennenzulernen. Neue, ja einfach neue Sachen zu sehen. Das ist für uns Menschen wichtig, weil wir müssen wachsen. Und das hilft uns beim Wachsen. Das ist eine Sache, die euch extrem helfen kann, euch wieder freier zu machen. Gerade wenn ihr auch schon ein bisschen älter seid und das Leben euch schon gewissermaßen irgendwie gebrochen hat, dann muss man das auch mal wieder aufbrechen. Und das kann man mit einer krassen Reise, wo man krass aus seiner Komfortzone rausgehen muss, kann man das schaffen. Deswegen tut das. Die nächste Sache, über die ich mir Gedanken gemacht habe, die einem auch helfen kann, und sich wirklich frei zu fühlen, sind halt Tools wie Meditation und Yoga. Mit Meditation habe ich mich schon vor meiner Reise beschäftigt, aber Yoga zum Beispiel habe ich auch während dieser Reise kennengelernt, weil ich so viele Menschen getroffen habe. In erster Linie die Laura, die mir das gezeigt hat, die mir das beigebracht hat, die mir das erklärt hat, die ist auch Yoga-Teacherin. Yoga-Teacher. Teacherin. Yoga-Teacher. Und die hat mir das einfach ans Herz gelegt und seitdem ich damit angefangen habe, habe ich auch nie wieder damit aufgehört. Und das ist wieder eine Sache, die ich gelernt habe vom Reisen. Ich habe Menschen kennengelernt, die mir Meditation auch noch mal auf einem anderen Level näher gebracht haben, die einfach in dem Bereich schon viel bewanderter waren, schon viel mehr erlebt haben und mir das noch besser erklären konnten. Was auch geil ist, ist zum Beispiel, wir haben mittlerweile so viel Zugriff auf Videos von Gurus, von Leuten, die wirklich ein krasses Level an Meditation erreicht haben, die ein krasses Level an Glückseligkeit, an Menschsein erreicht haben, die wir uns reinziehen können, von denen wir lernen können. Das ist Gold wert. Das ist Gold wert. Deswegen beschäftigt euch mal mit diesen Dingen, weil diese Dinge können euch auch frei machen. Eine gute Meditation, eine gute Yoga-Session. Wenn ihr das richtig macht und richtig tut, dann seid ihr wirklich im Moment. Dann denkt ihr nicht an die Probleme, die in der Vergangenheit passiert sind, die Sachen, die euch gerade verfolgen. Oder macht euch keine Sorgen über das, was in der Zukunft noch passieren könnte, sondern ihr versucht wirklich im Moment zu sein. Und in diesem Moment, wenn du es wirklich schaffst, in diesem einen Moment zu sein, nicht eine Sekunde in der Zukunft, nicht eine Sekunde in der Vergangenheit, sondern in diesem Moment, dann bist du frei. Dann bist du wirklich frei. Und so kannst du es schaffen, dich nicht von diesen ganzen Problemen und von der ganzen Scheiße, die um euch abgeht und auch in der Welt abgeht, davon lenken zu lassen, sondern frei zu bleiben. Frei im Kopf zu bleiben. Frei zu denken. Weil das wird euch Türen öffnen. Das kann euch Türen öffnen. Wenn ihr frei seid, dann seht ihr viel mehr Sachen. Wenn ihr wirklich im Moment seid, ihr seht auf einmal viel mehr Dinge. Auf einmal passieren auch ganz andere Dinge. Ihr nehmt Menschen anders wahr. Ihr nehmt Sachen und Situationen intensiver wahr. Ihr nehmt, es kommen auf einmal Zeichen in euer Leben oder es kommen irgendwelche Sachen in euer Leben, die ihr vorher nicht gesehen hättet, weil ihr nicht frei wart. Weil ihr den ganzen Zeit daran gedacht habt, ah fuck, ich habe gerade die und die Schulden. Ich habe gerade das und das. Meine Ex hat gerade Schluss gemacht. Das und das ist passiert. Ihr konntet es nicht sehen. Ihr macht euch selber damit Türen zu, wenn ihr zu viel in der Vergangenheit seid und zu viel in der Zukunft abhängt. Ihr macht euch damit selber Türen zu. Seid in diesem Moment hier und jetzt. Hier und jetzt ist die Musik. Hier und jetzt spielt die Musik. Hier und jetzt werden euch Zeichen geschickt. Achtet auf diese Zeichen. Hört auf diese Zeichen. Hört auf eure Feelings. Hört auf euer Herz. Und vor allen Dingen versucht immer frei zu sein. Versucht euch immer frei zu machen. Und ja, das wollte ich heute mal mit euch teilen. Thema Freiheit. Weil das ist eine Sache, die mich sehr beschäftigt, weil ich merke das selber bei mir in meinem Leben, dass ich mir selber manchmal Türen zugemacht habe, weil ich zu viel mir Gedanken über irgendwelche Sachen gemacht habe. Wie geht es jetzt weiter? Was soll ich machen? Ah, der ist nicht mehr da. Das ist nicht mehr da. Das Problem habe ich hier. So habe ich. Dass ich gar nicht gesehen habe, dass da ein Mensch die ganze Zeit wartet und sagt, ey, komm, wir machen was. Lass uns durchziehen. Ich bin da für dich. Ich wurde geschickt, um dir zu helfen. Aber du siehst mich nicht, weil du die ganze Zeit daran denkst, warum ist der nicht mehr da? Warum ist dies nicht mehr da? Warum ist das so passiert? Warum ist das so? Und das müssen wir loswerden. Das müssen wir weglassen. Dann werden uns andere Türen aufgehen und diese Türen werden uns zu unserer Glückseligkeit führen. Daran glaube ich von tiefstem Herzen. Und das will ich euch mitgeben. Fangt an, daran zu arbeiten, frei zu sein. Egal wie, wir können es alle schaffen. Ich küsse euer Herz. Be unique. Dabei ist alles. Gebt mir Feedback auf die Podcasts. Postet die Dinger mal bei Instagram. Schreibt mir da DMs, wenn ihr Anregungen habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, was die Folge mit euch gemacht hat. Gebt mir Feedback. Schreibt mir die Sachen. So, mich interessiert es wirklich. Ich küsse euer Herz. Bleibt so wie ihr seid. Be unique. Dabei ist alles. Peace out. Okay. Vielen Dank.